Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist schon irre, wie scharf das ist. Dieses Subtile zwischen rosa und grün. Jeder Raum soll eine eigene Stimmung haben, soll einen eigenen Charakter haben. Man soll merken, dass man in einen anderen Raum geht. Das ist wichtig. Es ist ein Überblick über 30 Jahre, ist aber nicht chronologisch aufgebaut. Guck mal, wie das aussieht, wie gebogenes Blech einfach. Ne, mach mal laut. Und ich meine, das ist doch eigentlich phänomenal. Genre vom Geist Brust 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 Untertitelung. BR 2018